Musik 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 Mit dem Suppentag möchten wir aufmerksam machen auf, wie viele Lebensmittel, und zwar wirklich einwandfreie Lebensmittel, jeden Tag 17,4 Tonnen weggeschmissen werden in der Schweiz, obwohl es doch 7,7 Prozent der Schweizer unter der Armutsgrenze leben. Und deswegen sammeln wir diese Lebensmittel ein und bringen sie an soziale Organisationen, die diese Lebensmittel an betroffene Personen weiter verteilen. Berlin ist eine Currysuppe und wie man da sieht, der Robert macht einen super Job beim Rühren. Die Leute spenden, also es läuft gut. Das ist eine Linsen Currysuppe. Es ist sehr gut. Du solltest es versuchen. Du hast es schon selbst versucht? Natürlich. Du musst immer wissen, was du befreitest. Genau. Also ich finde es sehr schön, dass man eigentlich so einen Tag auch macht, für ein bisschen Spenden sammeln und auch für die Leute, weil es ist auch schön, wenn die Leute hier so zusammen miteinander zu reden und dann sind alle alleine zu Hause. Und ich finde es sehr eine gute Sache. Ja, ja. Also sehr sympathisch. Ich habe beide vorher nie gekannt, aber sie sind sehr sympathisch, sehr targetiv, also cool. Das sind doch Jungs, die etwas leisten und wir haben hier auch eine ganz, ganz bunte Mischung. Wir haben Politiker, wir haben Schauspieler, wir haben alles, wir haben die Spitzensportler. Das ist doch richtig ein Genuss. Und alle sind an einer schöpferischen Tätigkeit. Das ist doch richtig.